Mein Name, willkommen zurück zu einer neuen Nachbarhaften Folge Secret Neighbor. Alter, ich hasse das immer wieder. Manchmal von SaveSlaught, oder man ist stuck, oder das ganze Spiel freet einen. Passt ein bisschen auf, wenn ihr das Spiel spielt. Aber es geht weiter, wie immer. In der zweitletzten Folge. Es ist mehr so, ich schaue mir einfach Spiele an und guck mal, wie ich sie finde. Wie ich sie gut finde, würde ich sagen, ich spiele die immer. Weil jetzt gerade bin ich an dem Moment, wo ich sagen würde, immer noch, äh. Ah. Bin schon wieder Kind. Und... ... 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 Das ist mir jetzt schon zu schräg Das ist mir schon zu schräg Ich hase die Vöcke ver... Mann... Sprachenlern-Bubble kann ich auch nicht. Ich bin nicht so klein, aber nicht so klein ist. Ich habe die Vöcke mit dem Schuhl-Bubble. Ich habe die Vöcke mit dem Schuhl-Bubble. Ich habe den Schuhl-Bubble. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Sollte Das war's. Das war's. Ich bin stuck. Hilfe. Ich bin gerade nicht klar. Was ist das? Das war euer Roboter Schlüssel. Das war's. 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 Das war's.